Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Display von Magic Maker mittlerweile schon der 20. Part. Das ist geil. So, dann schauen wir gleich mal. Ich glaub nicht, dass ich irgendwelche hatte, die ... Nee. Na gut, jetzt ist viel mehr mit Ausweichen. Ich komm mir vor wie so ein Jedi, so wing, wing, schwing. Hm. 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 A spermaid. Hm. 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 Na ja gut. Da muss ich mal schauen, wie gut ich jetzt hier gleich mit dem Inspektrum-Mate... Ah. Oh Mist. Es hat nix gebracht. Ah, Spectral Maid. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm, hm. Ah, naja. Gut. Hm. 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 naja gut ich muss langsamer kämpfen nicht einfach so es muss sofort sein nie langsamer muah man Ich kann mir immer noch kein Bild davon machen. Wie soll ich mir das vorstellen? Wie soll ich die dazu bringen, da zu erleuchten? Sozusagen so, können Sie bitte hier Lampen anmachen? Bitte, bitte. Bitte, bitte mit dem Botte. Ach, verpisst euch, Goblins. Nee. Langsam habe ich die Schnauze voll. Ja, mal für alle ein bisschen Damage. Oh ne, damage! Oh! Oh, don't die Lampen. Dass du das sehends hast. Um fantasy zu prize, aber bei den Ü ManyAmern haben wir noch nicht. Du bist eine Maへ. Ja. Oh man, ey. Das ist ja nirgendwo so ein verdammter Endlich. Aber jetzt bin ich natürlich platt. Ach. Ah. Nee, oder? Ah, das hört aber auch richtig schwer hier. Ja, ist doch natürlich gefällt. Hm. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so wenn ich hier mal die ganzen geister weg habe der ist ja definitiv schlimmer als luigi's menschen naja immerhin einige bücher sind jetzt oder einige geister sind es immer weg gut jetzt soll natürlich irgendwie diese mate die laterne dann machen naja jetzt habe ich es angemacht ach soll ich mache euch jetzt alle platt scheiß auf das mit der mate wenn das wirklich klappen sollte also reichen nie tun wird dann ja und das muss schauen halt wie ich das sind kriegt weil ja ich kann auch durch die gegend fliegen ja gut nächster versuch ja 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 Gut, ganz oben ist, glaube ich, schon mal irgendwas angezündet. Gut, ganz oben ist, glaube ich. Gut, ganz oben ist. Gut, ganz oben ist, glaube ich. Wie kommt das? Boah, so langsam rage ich hier. Kriege ich Aggressionen? Ich glaube, ich fordere einfach mal ein Snickers oder irgendwas und dann schauen wir mal, ob es in der nächsten Folge besser geht. Gut, bis dahin, viel Spaß. Ciao. 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 Ciao.